Hallihallo da sind wir wieder bei Alien Breed 2 und wir müssen keine Ahnung was müssen wir machen ich habe keine Ahnung wir schauen doch mal wir werden schon sehen was wir machen müssen mir und die Aliens werden uns ja hier nicht alleine lassen ja genau so ja geil all die Monster diese Servus kotzfähig irgendwas Dingens jetzt braucht man spätestens jetzt braucht man viel Munition merke ich weil die hier ganz schön zulegen mit Anzahl und so und Aggressivität und 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 genau jetzt wieder sauber Eier ja und jetzt genau hat mich fest dass ich jetzt groß los mal ein wechsel er dann hätte mich wenn ich schwöre der ja geil ja geil bei der sauerstoff versorgen darauf stehen wir doch so later lallallel lallal lallel lallel LED Laufen laufend wir wollen ja nicht sterben je das ist das drinnen daran nichts 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 da und aktivieren auch flotte Karotte beim Schuss und habe ich mal wieder geholfen und alles wieder reingesogen und das schön die aktiviert das ist schön ich hoffe die Oberau folgen wegen zum Schlafbereich okay hier komme ich anscheinend nicht weiter egal das kommen wir schon mal lang das ist hier schon wieder ein speicherpunkt und triple kill auch schon nein das mache ich denn wie tat warte mal sind wir hier nicht raus gekommen ist ja egal ich will ja ich brauche kein terminal index kacken bohnen salat oder ähnliches bringe den ist das dann die blutprobe konrad das muss jetzt sein ja wenn es jetzt sein muss dann wird es wohl sein aber jetzt noch was ah servus komm her so he 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 menschlich erleichtern und ein spinn ein Ei davor ein Ei mal den Eierkocher aus holen jetzt 500 500 munition für hyperblaster das höre ich doch gerne hier oder oh das ist so fies so und los dns abtaster untersucht blutprobe warte und sie ist falsch positiv übereinstimmung gv es ziel identifiziert das ist schön das ist das der kommander kann nicht weit weg sein folgenden blutspur konrad der muss dort irgendwo sein nein ich folge nicht der blutspur und ein kein brot grübelchen ui das war böse ah gut jetzt können wir hier nicht noch vorbei das ist nicht so schön ne ich folge unserem lieben weg markiert teil auf der karte das ist mir am sichersten weiter schein er hat er hat wie ein teufel gekämpft ist aber nicht gut wenn er wie ein da ist auch noch das kaputt gegangen ist aber nicht so gut wenn er wie ein teufel kämpft von der serie böse überlebt hat das höchstwahrscheinlich wieso nicht kann auch die story dass hier null personen überleben nicht mal irgendwie einer so klug ist sich irgendwo versteckt oder so nein ein bisschen in die schüsse in der esch äh esch bitte stirb stirb das ist bitter das ist bitter bäm oh nein oh nein oh nein ficken oh stirb wieso müsst ihr so viele sein das ist ja nicht schön was ist das ich verbauere MediPacks im laufenden boah servus ich habe jetzt gar nicht gesehen MediPacks im laufenden boah 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 spinnt ah da ist ja die Blutspur eine sehr komische graue Spur da drin ist er also hier ist aber dunkel ach sein kopf liegt noch da ist ja geil hole in den kopf des kommentars ja geil oh ja das macht mich heiß und los sammeln wir kopf ein warte mal ok kopf des kommandeurs kopf des kommandeurs aufgau fein du hast Glück dass noch etwas von ihm übrig ist Konrad ja geh zurück ins büro des kommandeurs du wirst jetzt den es gern bestehen da du den kommandeur bei dir hast oder was von ihm übrig ist ja das trifft es schon eher sterb sterb alter unbesiegbar glas stirbst du gelang und irgendwas raged ja auch wieder voll rum so alien halber und so ok auch noch lang oh ja so eine goldgrube ne eher eine leichengrube aber ich kann merken man tot das war unnötig aber deswegen was er so cool dass ich einfach mal so auf ein Viech geschossen hab und scheiße laber und und nicht keine ahnung irgendwas kann sich selber zu haben ich keine ahnung ich glaube einfach stimmt so jetzt das ist das space die irgendwie so ein saugelles spiel ne auf jeden Fall wir können es wahrscheinlich sowieso nicht spielen das ist ja standard das ist ja standard kaputt kaputt stürmgewehr und bam bam oh ne bei mir ist noch ein Eiersack und bumm hey die schönen konservbüchsen mit ravioli und allem möglichen leckern so boah der sind jetzt voll rein geraged ey nicht weg nicht weglaufen so oh man ah gut die ravioli büchsen sind noch eine geil ach geil Verteidigung ausgelöst anwesende menschen entdeckt automatische Verteidigung aktiviert und das komische glitchy zeug das geht durch und noch Monster geil komisches Explosionsmonster das ist genau das ist genau das ist genau äh hast du auf dich da reinzustehen du vollidiot stell sie rein und stirb halt gut dass du das geschützt B schützt da haben wir noch eine ah da hinten ist auch noch ein geschützt ja geil ja scharfe sache sterbt ihr ratten ihr habt doch keine chance gegen den der 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 ist zerlegt da da sie müssen so viele sein kann ich einer jetzt aber schluss ende ich will nicht mehr stopp man sollte wenn man genug hat soll man doch sagen auf jeden Fall auf jeden Fall reich reiches Raumschiffen Böse kaputt und das hier noch und dann freuen wir uns nichts interessantes ja können wir uns oft damit freuen wenn es hier ein menschlicher Leichnam und dann spinnt und da ist was drin noch kleine füße jetzt steppt doch so jetzt werde ich mal ein Spind ausräumen in diesem menschlichen Leichnam in diesem menschlichen Leichnam und dann mich freuen freude freude euer kuchen und die rein das ist ein Spind ich will Spindhabern haben weil so noch ein Spind gut äh ich kriege ist ja alles verschleimt richtig schleimig schleimig und äh es trägt mich auch so auf wenn man hier durch alle Sachen glitsch und stecken bleibt und 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 muss ich da lang auch sehr ruhig so mein menschlicher Leichnam weil er ist jetzt wieder so viel Spinnen und gleich nehmen und das darf was hier rumliegt stopp und oh man oh man oh man oh man so noch mal jetzt hier bestimmt noch was ähm bitte sagt mir nicht du online nein hat Jolie n 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 sobald die Tür offen ist ich kann mir denken wann sie aufgeht ganz zufällig jetzt n 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 ja n n n n n n n n n entdeckt so für mich als schocken jahr 3 ja wurde er auf dem tisch flachgelegt oder was naja so sieht er aus das ist ja einiges an das bringt mir eigentlich gar nichts was ich einsam das ist Geld Geld brauche ich sowieso nicht mehr ich will sowieso nichts mehr upgraden eigentlich also ich hab's nötig Munition brauche ich auch nicht da liegt genug rum und Betäubungsgranaten und Co habe ich sonst sowieso nie gebraucht außer jetzt mit Medipax oder so aber die sind jetzt auch wirklich nicht so der Hammer im Moment so haben wir bedürfnis danach weil ich aber noch riesen Medipax so groß nach riesen riesen Medipax ne ich hab auch kleiner ah da war jetzt wieder geschützt was bin ich immer hier kaputt ich wollte nicht spucken und fangen schlucken oder spucken das ist hier die Frage und geht kaputt da online fick dich ich hasse dich scheiß im text kacke wieso geht er oh du stirbst jetzt ja das war nicht so ein klug aus schritt oh ja ich glaube es geht wieder los es geht wieder los schön eh 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 hier kann ich auch nichts tun oder hier kann ich lang scanne hä ich wusste es nicht bewegen Kopf des Kommandors benutzt Zugriff gewährt willkommen zurück Commander ja servus und wir haben einen Lock erhalten Aktivierungsschlüssel für Selbstverstörungsknoten ne ich mach jetzt erstmal den Lock Lockbücher was haben wir bekommen ich denke mal den Käpt.. äh Hauptmann Gott ihr könnt ihr das lesen wenn ihr wollt ich lese das nicht mich interessiert das ehrlich gesagt nicht so doll und dem haben wir jetzt sowieso keine Zeit mehr jetzt ist der Tag lest ihr das ja haha jetzt ist er tot ok und bevor ich das aktiviere mache ich hier einen Schnitt bis denne